so hi und willkommen zurück zum fünften part wie ihr seht ich war sehr sehr schlecht ran schlechter geht schon was glaube ich mir glaube ich ich war noch nie so schlecht so es müssten genau diese komische welt ob ich dann mit der kette weit komme ich glaube es nicht die alte besonder frau oder ja ich muss auch wenn die nachzumachen ist schlimm aber auch nervig ich meine das muss auch selbst japanischen kids nerven wenn die zähler kriegerin hier die ganze zeit dieses komische wort sagt so hier kommt gleich fast nur gerollt soweit ich weiß ich weiß aber nicht mehr wie ich in deckung gehen konnte wenn man lieber ganz am rand oder kann man sich dahinten verstecken war es mir egal ja das war's gute nacht jetzt lasst mich in ruhe machen dieser scheiß clown wird er werde mich jetzt getroffen der blaue der mich so ein miliärscher die im jahr sehr erinnert ich weiß auch nicht es ist so mal ganz anders aus es erinnert er mich in den jahr springen halb schon mal nicht oh nein es kommt aber gleich soll siete und ich hätte wieder nicht in die uhr geguckt das heißt ich weiß gar nicht wie lange ich aufnehme ich spiele jetzt einfach so lange bis ich zu besiegt habe natürlich kann man sich das herz aufgenommen schon kommen sage hätte ich früher tauchen können wozu hätte ich mich ja heilen können im notfall na 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 und die ruf hat dann ja da zu dem blauen dorf und den ersten erledigt und dann kommt schon in den neuen das ist auch wahnsinn was war das so aufwärts und nein ich weiß wie ich ja dann ich gehe drauf ich gehe so was von drauf so game over ich spiele mal weiter ich will mich ja mindestens beziehungsweise vorkämpfen ja es geht schon wieder super los so ich werde es einfach so lange spielen bis ich den endgegner besiegt habe und dann werde ich gucken ich das aufteile wenn ich jetzt dreimal ko geht es ist mir schnuppe er müsste langsamer ko ging hier nein so hätten wir das ist ja noch so eine alte jetzt komm ran zorkus clown jetzt werde ich mindestens ein leben verlieren mindestens sag ich ja hallo sie nicht wenigstens man jahre sagen würde die es echt komm ran oder lass es bleiben ja großes kino also ganz ehrlich glaube nicht dass ich es mit mir ako bis zum endgegner schaffe kann sein dass ich einfach nur zu blöd bin aber ich kann mit dieser peitsche nicht umgehen einmal noch das war so klar das war so klar das war so klar wie kino wie kino kino wie kino mag Bis zum nächsten Mal.